So liebe Leute, ich bin gerade am Organisieren und Planen bezüglich der nächsten zwei Tage und dann dachte ich mir so, warum nimmst du nicht einfach mal die Kamera mit die nächsten zwei Tage? Die Taschen sind gepackt, weil ich nämlich um 7 Uhr meinen Bus, meinen Fernbus, kriegen muss und dann fahre ich zur lieben Romina. Romina heißt hier auf YouTube interaktiv kreativ und ich fahre zu ihr, weil sie nämlich Geburtstag hat. Ich habe noch ein kleines Update zu machen, meine Lieben, und zwar steht bei mir was ziemlich Großes an und zwar werde ich nächste Woche umziehen. Es geht für mich nach Berlin und ich, ja, Berlin, erst mal, erst mal durchs Socken lassen. Ich bin schon ziemlich nervös, kann man sich bestimmt vorstellen und ich ziehe mit drei wundervollen, tollen, lieben, super coolen Menschen zusammen und ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.